Guten Abend und herzlich willkommen. Der heutige Vortrag ist Bestandteil einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe, mit der wir versuchen, das Jahr 1923 sowohl wissenschaftlich zu durchleuchten, als auch mittels einer musikalischen Lesung in Text und Klang erlebbar zu machen. Ich danke der Stiftung der Metall- und Elektroindustrie MESA für die finanzielle Unterstützung dieser Veranstaltungsreihe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Weimarer Republik ging bekanntlich 1933 unter. Sie hätte aber auch schon zehn Jahre zuvor scheitern können. Hyperinflation, vier Millionen Arbeitslose, das Rheinland wird besetzt, Hitler putscht in München, in Berlin planten generell einen Staatsstreich. Doch wie wir wissen, war 1923 nicht 1933. Das antirepublikanische Zusammenspiel zwischen rechtskonservativen und rechtsextremen Kräften brach, im Unterschied zur Situation zehn Jahre später, 1923, im letzten Augenblick in sich zusammen. Es wäre wohl vorschnell, die Krisen des Jahres 1923 allzu eindeutig mit unserer Gegenwart gleichzusetzen. Doch angesichts der aktuellen Zeiten mag sich mancher an die damalige Ausnahmesituation erinnert fühlen. Doch was taugen solche Parallelen? Was können wir lernen aus den Ereignissen von damals? Und was war ganz anders als heute? Antworten auf diese und sicherlich ganz andere Fragen wird uns Professor Peter Longerich geben, der ein spannendes Buch über das Krisenjahr 1923 geschrieben hat und den wir heute Abend glücklicherweise auch zu Gast haben. Bevor er jetzt seine Thesen entwickelt, will ich ihn noch kurz vorstellen. Peter Longerich lehrte als Professor für moderne Geschichte an der Universität London und war Gründer des dortigen Holocaust Research Centers. Von 2013 bis 2018 war er an der Universität der Bundeswehr in München tätig. Er war einer der beiden Sprecher des ersten unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestages und Mitautor der Konzeption des Münchner NS-Dokumentationszentrums. Seine Bücher über die Politik der Vernichtung 1998 und ihre Resonanz in der deutschen Bevölkerung, davon haben wir nichts gewusst, 2006, sind Standardwerke. Seine Biografien über Heinrich Himmler von 2008, Josef Goebbels 2010 und Hitler 2015 fanden weltweit Beachtung. Zuletzt erschienen im Jahre 2020 Antisemitismus, eine deutsche Geschichte und im vergangenen Jahr das Buch, um das es heute Abend geht. Außer Kontrolle, Deutschland 1923. Herr Professor Longerich, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung. Ich hoffe, dass das Mikrofon funktioniert und ich überall gut zu verstehen bin. Also ich habe ein Buch geschrieben über das Jahr 1923. Das ist ein streng historisches Buch. Das ist aber so angelegt, dass man auch aus einer solchen Krisensituation verallgemeinernde Schlussfolgerungen ziehen kann. Ich tue das in dem Buch selber eigentlich nicht und nur ganz wenig. Ich verstehe wahrscheinlich auch mehr vom Jahr 1923 als vom Jahr 2023. Aber natürlich kann man auch gerne in der Diskussion an solche Parallelen gemeinsam versuchen herauszufinden. Nun, Sie wissen, und Sie haben ja schon im Grunde genommen um die Essenz in den, Sie haben das so gut zusammengefasst, dass ich eigentlich gleich sagen könnte, steigen wir in die Diskussion ein. Aber eben, es waren eben 1923, bei einem Blick in eine sehr schwere Krise, die im Herbst 1923 dann eskalierte. Und es kamen dann eine Reihe von Faktoren zusammen. Zum einen die französisch-belgische Besetzung des Ruhrgebiets Anfang 1923, auf die das Reich dann mit dem sogenannten passiven Widerstand reagierte, der dann in den folgenden Monaten zum sogenannten Ruhrkampf ausartete. Und als dieser Ruhrkampf dann im September 1923 wegen der völligen Zerrüttung der deutschen Staatsfinanzen und angesichts der allgemeinen Verelendung und Erschöpfung abgebrochen werden musste, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch schon im Reichsgebiet, sah sich die neu berufende Regierung Stresemann, eine große Koalition unter Einschluss der Sozialdemokraten, folgen der Situation gegenüber, Herbst 1923, September 1923. Die Inflation war längst zur Hyperinflation geworden, nicht zuletzt durch die Finanzierung des Ruhrkampfes. Die Wirtschaft drohte zu kollabieren, Massenarbeitslosigkeit und Lebensmittelknappheit drohten. Die Aufgabe des Ruhrwiderstandes löste auf der gesamten Rechten eine nationalistische Empörungswelle aus und die extreme Rechte bereitete einen gewaltsamen Umsturz vor, während die rechtskonservativen Eliten, und es geht immer um diese beiden Lage auseinanderzuhalten, die Rechtsextremisten und die Rechtskonservativen. Ich muss immer Rechtskonservativen betonen, weil die Rechtskonservativen, das sind diejenigen, die die Weimarer Republik eben ablehnten und auch demokratische Verfahrensweisen ablehnten. Und diese beiden Lager standen, da muss man schon voneinander differenzieren, aber sie haben in der Situation eben miteinander kooperiert. Und das ist ganz wichtig für meinen Kontext. Also die Rechtskonservativen wollten das Parlament ausschalten und auf der anderen Seite des politischen Spektrums suchten die Kommunisten, den sogenannten deutschen Oktober in Szene zu setzen. Die Arbeitgeber wiederum versucht mit aller Macht, die letzte der Arbeiterbewegung noch verblieben, Errungenschaft der November-Revolution, den Acht-Stunden-Arbeitstag wieder abzuschaffen. Reparatisten betrieben die Abtrennung des Rheinlands vom Reich. Das Reich trug gleichzeitig tiefgreifende Verfassungskonflikte mit Bayern, Sachsen und Thüringen aus. Es zeichnet sich ein militärischer Konflikt mit Frankreich ab. Und als Ergebnis dieser ganzen komplexen Probleme drohte die Demokratie zu zerbrechen und die Republik auseinanderzufallen beziehungsweise im Bürgerkrieg zu versinken. Und dass der Weimarer Staat überhaupt diese Quise von 23 überstand, ist bemerkenswert und es ist erklärungsbedürftig. Nun, die ganze Geschichte ist recht kompliziert und für einen Vortrag möchte ich aus der heutigen, dieser komplexen Gemengelage ein, meiner Ansicht nach, zentrales Element herausgreifen, nämlich die Anstrengungen sowohl von rechtskonservativer wie rechtsextremer Seite, einen gewaltsamen Putsch oder einen Staatsstreich zu unternehmen. Putsch oder Staatsstreich, dahinter verbargen sich zwar unterschiedliche Konzepte, ein Staatsstreich war vorstellbar, in dem die Reichswehr gegebenenfalls mit Unterstützung sogenannter nationaler Verbände zunächst auf verfassungsmäßig legalem Wege, also etwa durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten, die exekutive Gewalt übernommen hätte und einmal im Sitz der Macht ließe sich dann die Verfassung außer Kraft setzen und Präsident, Regierung und Reichstag könnten zur Seite geschoben werden. Also das ist dieses eine Konzept, das da so herumgeisterte, Artikel 48, vorübergehende Übernahme der verziehenden Gewalt durch das Militär, aber dahinter steckt die Idee eines Staatsstreiches, also sozusagen diese ungeliebte Republik dann endgültig, diese demokratischen Institutionen endgültig außer Kraft zu setzen. Ein Putsch hätte bedeutet, dass die sogenannten nationalen Verbände, also die rechtsextremen Verbände, alleine oder mit Unterstützung der Reichswehr oder von Teilen der Reichswehr sich gewaltsam in den Besitz der Macht gebracht hätten und zwar auf eigene Initiative oder eben doch mit Rückendeckung verfassungsmäßiger Organe. Zwischen beiden Optionen ließen sich eine Reihe von Zwischenstufen vorstellen und die Analyse der Situation in Herbst 23 wird dadurch erschwert, dass tatsächlich beide Optionen, also Staatsstreich und Putsch, in unterschiedlichen Varianten von verschiedenen Seiten diskutiert und aktiv vorbereitet wurden, bis hin zum Putschversuch Hitlers vom 8. und 9. November, der wiederum in Verbindung mit einem Staatsstreich in Bayern sowie einem anschließenden gewaltsamen Vorgehen gegen die Reichsregierung verbunden war. Dabei gingen die Anstöße zum Umsturz von verschiedenen Zentren aus, waren teilweise miteinander verbunden und standen sie aber auch teils gegenseitig im Weg. Letztlich scheiterte der Berliner Staatsstreich am Münchner Putschversuch. Also so kompliziert ist das Ganze und in der verworrenen Geschichte dieses Umsturzversuches lässt sich jedoch so etwas wie ein roter Faden erkennen, der die verschiedenen Anläufe miteinander verkette und ich glaube, das war bisher, ich beziehe mich auf das Buch außer Kontrolle, also vorher so noch nicht dargestellt worden. Insofern möchte ich jetzt diese komplexe Geschichte etwas näher entwickeln und werde in zwei Schritten vorgehen. In einem ersten Teil geht es darum, die Vorbereitung für einen gewaltsamen Umsturz im September 2023, also in den Wochen praktisch unmittelbar während der Aufgabe des Ruhrwiderstandes, näher auszuleuchten. Ich will nicht auf jede Facette eingehen, sondern ich will mich auf vier Schlaglichter konzentrieren. Also vier Schlaglichter auf Umsturz- und Putschvorbereitungen im September, Oktober 2023. Nun, zunächst mal der passive Widerstand an der Ruhr, waren die wirklich nur passiv gewesen. Deutsche, die mit den Franzosen zusammenarbeiteten, wurden bedrängt und terrorisiert. Sabotage an Verkehrseinrichtungen waren von vornherein vorgesehen. Sogenannte Franzosen-Liebchen wurden entsprechend durch die Straßen geführt und vorgeführt und so weiter. Sehr schnell drängten rechtsextreme Gruppierungen meist ehemalige Freikorpskämpfer in das Ruhrgebiet ein, um Anschläge gegen die Besatzungsmächte zu organisieren. Die Franzosen reagierten mit Repressalien und drakonischen Strafen und es entstand eine Spirale der Gewalt. Die rechtsextremen Bombenleger, die nun Sabotageakte gegen Eisenbahnerlagen und Ähnliches verübten, auch Anschläge eben, bei denen es Tote gab, greiten bis weit in die politische Mitte hinein als nationale Vorkämpfer. Man denke nur an den Heldenkult um den von den Franzosen hingerichteten Schlageter, der nicht nur von, dieser Heldenkult wurde nicht nur von den Rechtsextremen gefeiert, sondern auch von der, bis weit in die politische Mitte hinein galt er als ein nationaler Märtyrer. Und diese ganzen Aktivitäten der Rechtsextremisten erfuhren Unterstützung durch Regierung und Reichswehr. Darüber hinaus traf die Reichswehranstalten im Falle eines Krieges oder Bürgerkriegesfreiwillige, meist Angehörigen der sogenannten nationalen Verbände, in ihre Reihen aufzunehmen. Die reguläre Truppe wurde schon während der Ruhrbesetzung um sogenannte Arbeitskommandos ergänzt, deren offizielle Aufgabe darin bestand, überzähliges Kriegsgerät aus dem Weltkrieg zu erfassen und aufzuarbeiten. Hinzu kamen Zeitfreiwillige, die eine militärische Kurzausbildung erhielten. Das Weckerskommando 3 im Raum Brandenburg-Berlin legte die Organisation dieser ganzen Aktivitäten in die Hände des ehemaligen Freikorpskämpfers und Reichswehrmajors ad Bruno Ernst Buchrucker und ließ ihm weitgehend freie Hand. Diese Arbeitskommandos, die sich vorwiegend aus ehemaligen Freikorpsangehörigen zusammensetzten, hatten schließlich im Weckers 3 eine Gesamtstärke von 2.000 Mann und verteilten sich auf etwa 2 Dutzend Reichswehrkasein rund um Berlin. Also praktisch Soldaten, die gar nicht als Soldaten in den Büchern erschienen, sondern die sozusagen eine Art von Zusatzkontingent mit zivilen Arbeitsverhältnissen offiziell in der Reichswehr darstellten. Die verteilten sich etwa auf 2 Dutzend Reichswehrkasein rund um Berlin. Die Angehörigen hatten eben zivile Arbeitsverträge und waren aber de facto eben in die Truppe eingegliedert. Hinzu kamen mindestens 16.000 Freiwillige, die in der Regel aus rechtsgerichteten Wehrverbänden und aus den Landbünden gleicher politischer Couleur stammten, die eine militärische Kurzausbildung erhielten und im Einsatzfall mobilisiert werden mussten. Diese geheimen Rekrutierungen während des Sommers 1923 vollzogen sich in einer Grauzone. Offiziell nahm die Reichswehr von der tatsächlichen Aufgabenstellung der Arbeitskommandos ihren weit über die offizielle Tätigkeit vorgenommenen Ausbau, ihre militärische Ausrüstung und Ausbildung keine Kenntnis. Informell waren natürlich die zuständigen Offiziere über diese Aktivitäten informiert und hinterließen bei dem Organisator Buchrucker den Eindruck, dass sie den Einsatz deckten. Man handelte nach der Devise im Zweifelsfall nicht allzu viele Details wissen zu wollen. Doch Buchrucker verstand sich nicht nur als Auftragnehmer der Reichswehr, sondern sah sich dazu berufen, seine ehemaligen Kameraden aus dem Freikurs unter dem Dach der Reichswehr für einen immer wahrscheinlicher werdenden Bürgerkrieg oder Krieg zu mobilisieren und er stand bei der Anwerbung dieser Freiwilligen im engen Kontakt mit einem Netzwerk rechtsradikaler Organisationen. Nach seinen eigenen Angaben, die durch eine Reihe von Zeugenaussagen glaubwürdig erscheinen, arbeitete Buchrucker einen Plan aus, mit einer Kerntruppe von 6.000 Mann, das Regierungsviertel und andere wichtige Punkte Berlins zu besetzen und währenddessen die übrige Truppe, die ja noch mobilisiert werden musste, zu aktivieren und nachzuführen. Die zur Mitwirkung bereiten militärischen Verbände im Reich sollten sich gleichzeitig versammeln, schrieb er 1928 eine Rechtfertigungsschrift und stellte damit klar, dass es sich bei seinem Unternehmen nur um den Kern einer reichsweiten Aktion handelte. Nun, die Hintermänner oder Auftraggeber, darüber schwieg er sich allerdings aus. Man kann aber ausschließen, dass ein so groß angelegtes Unternehmen, also die Mobilisierung von 18.000 Mann, die auf die Unterstützung paramilitärischer Verbände und zumindestens Duldung durch die Reichswehr angewiesen war, auf die Initiative eines Majors außer Dienst zurückzuführen ist. Zweck der Aktion war es nach Buchkorkers eigenen, allerdings beschönigenden Angaben, die Reichsregierung zu einer vollen Mobilisierung der Heeresverstärkung zu zwingen, aber tatsächlich lief das Unternehmen auf einen klassischen Putsch hinaus. Da er zwei Wochen Vorbereitungszeit benötigte und er die Aufgabe des Ruhrwiderstandes, die das entscheidende Signal zum Losschlagen bilden sollte, für Ende September erwartete, legte er Mitte des Monats für das Unternehmen die Nacht vom 29. auf den 30. September ein Wochenende fest. Nun, warum gehe ich so auf diese Details ein? Die sind wenig bekannt. Das ist ein Berliner Historiker, ein Kollege, Bernhard Sauer, der hat das in mehreren Büchern, Aufsätzen veröffentlicht, aber es ist in der Regel in der breiten Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis genommen worden. Halten wir mal sofern fest, vielleicht ist das etwas Papierner, was ich hier vorgelesen habe, dass ein Major AD mit Duldung der Reichswehr im September 23 18.000 Mann für einen Marsch auf Berlin mobilisierte. Bisher hat man diesen Buchrücker eher als Spinner abgetan, als Einzelgänger. Das war er aber ganz gewiss nicht. So, das war das erste Schlaglicht. Das zweite Schlaglicht kommt jetzt als nächstes. Diese Vorbereitungen nämlich fielen zeitlich mit Plänen zusammen, die den Chef der obersten Heeresleitung, den Generaloberst Hans von Seegg, zu einer Art Diktator von Zeit machen sollte. Am 22. September besprachen Präsident Ebert und Kanzler Stresemann, anwesend war auch der Innen- und der Wehrminister, zusammen mit dem Generaloberst die Möglichkeit, den Kanzler per Ausnahmerecht als Inhaber der vollziehenden Gewalt einzusetzen, die dieser dann an Seegg abtreten sollte. Der sollte dann ein Direktorium aus wenigen Männern bilden, das mit diktatorischen Mitteln, formal im Rahmen der Verfassung, das Land durch die Krise steuern sollte. Nun, tatsächlich war es aber so, dass Seegg bereits Vorbereitungen für den Fall getroffen hatte. In den letzten Tagen, es gibt eine Akte über seine Besucher, Notizen, hatte er empfangen, wichtige Vertreter des rechtskonservativen Reichslandbundes, einflussreiche Großgrundbesitzer, Spitzenvertreter der Deutschen Nationalen Volkspartei. Bei diesen Soldierungen fiel das Wort vom Militärkanzler Seegg. Außerdem war der Chef des alldeutschen Verbandes, rechtsextremen alldeutschen Verbandes, Heinrich Klaas, bei ihm, der ebenfalls an solchen Umschlussplänen arbeitete. Und er versucht, die beiden versuchten sich zu arrangieren, das funktionierte aber nicht. Er empfing außerdem den engen Vertrauten des großindustriellen Stinnes. Stinnes spielt in meinem Buch eine wichtige Rolle, ich gehe vielleicht noch näher auf ihn ein später, aber er empfing den engsten Vertrauten, Friedrich Minou, der im August mit einem eigenen Plan zur Währungsstabilisierung hervorgetreten war. Seegg war sehr beeindruckt von Minou, es folgten weitere Besprechungen mit ihm, wobei noch der gerade in Berlin anwesende deutsche Botschafter in Washington, Wiedfeld, alter Bekannter für Minou, hinzugezogen wurde. Minou wurde so eine Art von Berater, Seegg, es sind Wirtschaftsfragen und diese drei Namen. Seegg, Minou und Wiedfeld werden jetzt in den kommenden Wochen immer wieder genannt, als die besten Kandidaten für das sogenannte Direktorium, also eine Art von Notregierung. Nun, Herr Seegg hat sich hingesetzt, hat für seine künftige Tätigkeit ein Regierungsprogramm, eine Regierungserklärung entworfen, das kann man in seinen Akten finden und diese Niederschriften stellen nun ganz klar, dass er keineswegs sich damit begnügen wollte, sozusagen neben die existierenden Regierungen zu treten oder sich als Vollzugsorgan der Regierung sah, sondern er wog, das Amt des Kanzlers zu übernehmen und er wollte weitgehende Umgestaltung, insbesondere der Wirtschaftsordnung, erreichen. Also er wollte zum Beispiel die Gewerkschaften abschaffen. Wie macht man das? Wie schafft man Gewerkschaften ab? Macht man ein Gesetz? Damit sind Gewerkschaften verboten? Oder wie geht das eigentlich? Es ist wohl kaum anzunehmen, dass er damit die Zustimmung des Reichspräsidenten Ebert, also der Sozialdemokraten, bekommen hätte. Also das Ganze lief auf eine Ausschaltung des Parlaments hinaus und es lief eben auf eine diktatorische Regierungsweise hinaus. Nun, dieses Programm, ich habe das jetzt schon erläutert, es sollten also Tarifverträge abgeschafft werden, eine Reichsständekammer geschaffen werden, die Reichsverfassung sollte geändert werden, aber wie ändere ich eine Reichsverfassung, wenn ich im Parlament eine Zweidrittelmehrheit habe, ich schalte das Parlament aus, das ist die logische Schlussfolgerung und so weiter und so weiter. Nun, wenn er dann schrieb in diesen Papieren, er wollte wie im Kaiserreich eine Vereinigung des Kanzlers mit dem Amt des preußischen Ministerpräsidenten, der war sozialdemokratisch besetzt, dann zieht er das offensichtlich darauf, eine Aufhebung der sozialdemokratisch geführten Regierung in Preußen herbeizuführen. Also wenn ich sage, ich will ein Regierungssystem, wo die beiden Ämter vereinigt werden, aber ich bin ja nicht Preußen, ich bin ja reich, es geht ja nicht ohne weiter, setzt das einfach aus, dass man im Grunde genommen dann die preußische Regierung abgesetzt hätte. Nun, es ist klar, dass dieses ganze Programm darauf hinaus lief, den Kanzler abzulösen und gegen den Willen des Präsidenten einen fundamentalen Rechtsruck einzuleiten, möglicherweise auch den Präsidenten selbst zu stürzen. Das zeigen ja auch diese ganzen Gespräche, also diese Treffen, die er in den Tagen zuvor hatte mit Vertretern der äußersten Rechten. So, das heißt also, diese Pläne des Militärkanzlers in Anführungszeichen sägt, als der da gehandelt wurde, waren also darauf angelegt, zunächst mal im Rahmen der Verfassung formal eine Konstruktion zu schaffen, dann aber aus der Verfassung auszubrechen. Das nun zum gleichen Zeitpunkt, als er diese Pläne, als er in diese Pläne umtrieben, Vorbereitungen für eine handstreichartige Besetzung der Hauptstadt getroffen wurde, und zwar mit Hilfe des Apparates und der Ressourcen der Reichswehr, ohne aber die Truppe selbst zu involvieren und die militärische Führung zu exponieren, das lässt sich ja durchaus mit diesen Plänen in Übereinstimmung bringen. Denn hinter dem Aufmarsch in Berlin standen ja die Kräfte aus den Verbänden und jenen Rechtskreisen, deren Führungspersonal Sägt in diesen Tagen mit einer Besucherwelle überzogen hatte. Also dabei spielte eine große Rolle die Landbünde, Pommersche Landbund, Wannburgische Landbund, die ja das Personal stellten für diese Auffüllung der Reichswehr und deren Führer gleichzeitig mit engem Kontakt mit Sägt hielten. Nun, bei einem überraschenden Schlag dieser Kräfte gegen die amtierende Regierung hätte der neue starke Mann Sägt die Option gehabt, sich von neutral zu erklären. Er hatte dies schon mal gemacht, nämlich beim Kappputsch 1920. Stichwort Truppe schießt nicht auf Truppe. Wäre nun der Putschversuch des Jahres 23 erfolgreich gewesen und die Regierung erst einmal abgesetzt, so hätte er die Möglichkeit gehabt, sich in Anführungszeichen auf den Boden der Tatsachen zu stellen und selbst sowie der Herstellung von Ruhe und Ordnung diktatorisch zu regieren. Mit diesem Verfahren hätte er es vermieden, das Odium von Verfassungsbruch, Verrat und Eidbruch auf sich zu ziehen. Also wie schafft es der Mann, sozusagen eine legale Diktatur, eine fassungsmäßige Diktatur in eine, sagen wir mal, Staatsstreich-Diktatur umzuwandeln, ja, indem er eben wartet, dass da irgendetwas passiert, ein wichtiges Ereignis, nämlich dieser Putschversuch oder dieser Putsch in Berlin, um Berlin herum und dann hätte er sozusagen sich auf den Boden dieser Tatsachen stellen können. Nun, ein drittes Streiflicht, ich versuche nicht alle, das ist zu kompliziert, alle Facetten hier sozusagen auseinander zu dividieren, ich mache das eben, beschränke mich auch mal diese vier Streiflichter, wenn ich diese, diese Umsturzvorbereitungen näher skizziere. Das dritte Streiflicht richtet sich auf Bayern, das in dieser Zeit geradezu ein Laboratorium für Umsturzvorbereitung bildete. Gerade im Freistaat existierte Anfang der 20er Jahre, bitte, es kommen immer Leute, die gucken so und sagen, das ist wie heute oder so, was haben die aber jetzt nicht gemacht, oder? Das letzte Mal habe ich den ähnlichen Vortrag in Mecklenburg gehalten, da war das genauso, das ist ganz merkwürdig. Und da ich aus München stammel, müsste ich mich da schärfstens gegen verwehren. Anfang der 20er Jahre gab es dort eine sehr rege Wehrverbandsszene, die das gesamte Spektrum der politischen Rechten von der BVP, also das waren die, sozusagen die christlich-sozialen in Bayern, von der BVP bis hin zu den Nationalsozialisten und anderen Rechtsextremisten umfasste. Man genoss dabei den Schutz und die Förderung der bayerischen Regierung und arbeitet eng mit der in Bayern stationierten 7. Reichswehrdivision zusammen. Diese Reichswehrdivision bezog nach der Ruhrbesetzung die Verbände in ihre Mobilisierungsvorbereitung ein und man plante, mit diesen Verstärkungen den personellen Bestand der 7. Division zu verdreifachen. Hitler, zu dieser Zeit die prominenteste politische Figur in der Münchner rechtsextremen Szene, benutzte jedoch den Ruhr-Einmarsch oder hatte den Ruhr-Einmarsch benutzt, um aus der Einheitsfront der Verbände auszuscheren und aus seiner SA und ähnlich gesetzten Formation eine eigenständige Dachorganisation aufzuziehen. Vor einer Befreiung Deutschlands von den Franzosen, so seine Parole, müssen erst einmal in Berlin die Novemberverbrecher ausgeräuchert werden. Also während Hitler auf der politischen Bühne agitierte und eiferte, zog General Ludendorff, Religionsfigur der politischen Rechten, der nach dem gescheiterten Kapp-Putsch von 1920 in München sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte und da völlig unbehelligt von irgendwelchen bewachenden Demokratien agieren konnte, im Hintergrund seiner Fäden. Und auch nachdem Hitler und Ludendorff diesen Sonderweg eingeschlagen hatten, also sich deutlich von dem Mainstream der Rechten distanziert hatten, arbeitete die Reichswehr weiter eng mit den von ihnen angeführten Verbänden zusammen und gewährte ihnen Zugang zu insgesamt eingelagerten Waffen. Anfang September bildeten die ausgestellten rechtssistiven Verbände wiederum auf maßgebliche Initiative Ludendorffs den sogenannten Deutschen Kampfbund, also nicht bayerischen, sondern Deutschen Kampfbund, und positionierten sich so gegenüber der bayerischen Regierung und den ihnen nahestehenden Wehrverbänden als die eigentliche aktivistische Kraft. Eine Sonderrolle in dieser Verbändeszene spielte daneben Kapitän Adé Erhard, einer der Anführer des Kaputsches, mit seinen in München unter dem Schutz der bayerischen Regierung stehenden Terrororganisation Konsul, die maßgeblich für die Ermordung gerade hinaus verantwortlich war. Sie war zwar danach verboten worden, existierte jedoch in der Illegalität beziehungsweise unter dem legalen Deckmantel Bund-Wiking weiter und war reichsweit organisiert. Nach Angaben von Friedrich Wilhelm Heinz, der die Organisation Konsul beziehungsweise Wiking-Männer in Hessen anführte, hatte er seine Truppen bereits Buchrucker im Falle eines Putsches zur Unterstützung zugesagt. Von Erhard selbst habe er so die weitere Auskunft von Heinz vertraulich erfahren. Ende September habe ihm der Wikik-Bundführer Erhard auseinandergesetzt, er habe die Formationen Buchruckers mit seinen Leuten infiltriert, er rechte mit einem scheiternes Putschversuchs und werde dann die Männer aus dem Norden in seine Organisation in Bayern auffangen. Genauso sollte es dann auch kommen. Viertes Schlaglicht. Mit Umsturzgedanken spielte zu diesem Zeitpunkt auch der Großindustrielle Hugo Stinnes, der als der mächtigste Mann der deutschen Schwerindustrie mit enormem politischen Einfluss galt. Man sagte dem König der Inflation, wie er genannt wurde, nach, durch geschicktes Ausnutzen der Geldentwertung mehrere tausend Firmen zu beherrschen. Vermutlich kannte er die genaue Zahl nicht einmal selbst. Stinnes war, weil es eine verschachtelte Konstruktion von mehreren Konzernen war. Stinnes war die maßgebliche Kraft bei der Auslösung des passiven Widerstands in der Ruhe gewesen und er hatte seine Ausweitung zum aktiven Widerstand mit Hilfe dieser rechtsextremen Bombenleger mit vorangetrieben. Stinnes galt auf der politischen Linken und auch in linksliberalen Kreisen zu der Zeit geradezu als Verkörperung des rücksichtslosen und brutalen Großkapitalisten, aber dieses Klischee, dieses Zerrbild habe ich festgestellt entsprach in vielerlei Hinsicht tatsächlich seiner realen Persönlichkeit und seinem wirtschaftlichen und politischen Handeln. Am 23. September traf Stinnes den amerikanischen Botschafter in Berlin. Der berichtete, Stinnes habe ihm eröffnet, wenige Tage vor dem Ende des Ruhrwiderstandes war das, habe ihm eröffnet, dass, Entführungszeichen, die Ruhr und das Rheinland müssen kapitulieren. Also Stinnes wusste das bereits und hat den Botschafter informiert, um ihm zu zeigen, wie sozusagen, dass er ihn sozusagen, wie wichtig er ihn nahm. Doch wie soll es nun weitergehen? Das Wichtigste sei, so Stinnes, und damit war der Industriemagnat gleich bei seinem Lieblingsthema, die, ich zitiere, deutsche Arbeiterschaft müsse länger und schwerer arbeiten, nämlich in der Regel zehn statt acht Stunden am Tag. Allerdings wären die Arbeiter hierzu kaum bereit und deswegen müsse, ich zitiere, ein Diktator gefunden werden, ausgestattet mit Macht, alles zu tun, was irgendwie nötig ist. So ein Mann müsse die Sprache des Volkes reden und selber bürgerlich sein und so ein Mann steht bereit. Eine große, von Bayern ausgehende Bewegung entschlossen, die alten Monarchien wieder herzustellen, sei nah, es könnte sich vielleicht nur um zwei oder drei Wochen handeln. Den Führer dieser Bewegung würden sich, Zitat, alle Rechtsparteien anschließen und eine ansinnige Gruppe gemäßigt hat Männer in der Mitte. Die Unterstützung der Industrie, also Stinnes, sei sicher. Dann würde zunächst eine Auseinandersetzung mit den Kommunisten zu bestehen haben, denn Mitte Oktober würden drei bis vier Millionen Menschen arbeitslos werden und die Kommunisten würden versuchen, dieser Lage für einen Umsturz zu nutzen. Die Regierung Stresemann, und Stinnes gehörte selbst der Partei Stresemanns an, werde indessen ihre Unfähigkeit mit der gestellten Aufgabe fertig zu werden erwiesen haben, Zitat Ende. So redet man über Parteifreunde. Stinnes gehörte im Übrigen als mit, ja, das habe ich gerade gesagt, dass er der Partei angehörte und sobald die Kommunisten losschlügen, würde Ebert durch einen Mann oder ein Komitee eine Diktatur errichten und dieser die gesamte militärische Gewalt unterstellen. Zitat, von da ab wird die parlamentarische Regierung zu Ende sein, die Kommunisten würden, Zitat, rücksichtslos zerschmettert und ein Generalstreik würde gewaltsam unterdrückt werden. Wenn alles gut ginge, wäre alles in drei Wochen erledigt. Mit dem Sozialismus wäre in Deutschland es dann immer vorbei und alle Gesetze und Verordnungen, die die Produktion hemmten und keinem nützlichen Zweck dienten, würden unverzüglich abgeschafft. Bestimmungsgrößte Sorge war, die Rechtsparteien könnten vorzeitig losschlagen, viel günstiger sei es, wenn man den Kommunisten den ersten Schritt überlassen würde. Nun, dieses Szenario, was er entwickelt, das sind zwei Ansätze zu erkennen. Einmal die von Bayern ausgehende Bewegung, die die Monarchien wiederherstellen und die bereits einen geeigneten Mann als Diktator präsentieren könnte, volkstümlich und bürgerlich. Aber wer war dieser Kandidat? Vermutlich handelte es sich um den glühenden Monarchisten Gustav Ritter von Kahr, amtierender Regierungspräsident von Oberbayern, der 1920-21 als Ministerpräsident die Politik verfolgt hatte, den Freistaat zur Ordnungszelle im Reich zu machen. Also von einem von allen linken Kräften gesäuberten Bayern aus, die seit November 1918 erfolgten Veränderungen in ganz Deutschland wieder aufzurollen. Er wollte dieses Programm von 2021 eigentlich, denke ich, neu auflegen. Nun, unter seiner Ministerpräsidentenschaft war das Land zum Zufluchtsort von teilweise mit Haftbefehl gesuchten Rechtsextremisten und zum Aufmarschplatz rechtskonservativer und rechtsradikaler Wehrverbände geworden. Kahr wurde im Sommer 1923 tatsächlich als künftiger Diktator im Freistaat gehandelt, also bayerischer Diktator gehandelt und auf ihn trafen die Kriterien volkstümlich und bürgerlich, die Stehnis genannt hätte, zu. Allerdings hat sich Kahr bis zum frühen November geweigert, eine führende Rolle in Gesamtdeutschland zu spielen. Wenn er also der künftige starke Mann gewesen sein sollte, dann würde die Bewegung zunächst einmal auf Bayern beschränkt sein. Nun aber kam der erwartete kommunistische Aufstand ins Spiel und damit der zweite Ansatz in Stehnis-Gedankenwelt, also die von Ebert auszurufende Diktatur. Stehnis stand sich vorgestellt zu haben, dass zunächst in Bayern eine Machtbasis geschaffen, hierdurch der kommunistische Aufstand beschleunigt, provoziert und in einem zweiten Schritt unter dauerhafter Ausstattung des Parlaments eine Rechtsdiktatur errichtet werden würde. Dass es sich bei diesen Darlegungen, die jetzt vielleicht im Zusammenhang beim Vortrag etwas kompliziert sind, aber ich will das gleich nochmal zusammenfassen, dass es sich bei diesen Darlegungen nicht um die Fantasie eines größenwahnsinnigen Tycoons handelte, sondern dass sie einen sehr realen Hintergrund hatte, sollten die Entwicklung der nächsten Wochen einschließlich des von ihm provozierten kommunistischen Aufstands, der dann in Hamburg stand, verzeigen. Dass Stinn es sich über die Vorgänge in Bayern so gut informiert zeigte, lässt sich weiter erhellen und zwar mit einer Hilfe einer Notiz, die im Bayerischen Hauptstaatsarchiv überliefert wurde, bisher aber wohl übersehen wurde, also bisher als vor meinem Buch. Vier Wochen vor seiner Eröffnung gegenüber dem amerikanischen Botschafter war Stinnis zu Gast bei Erich Ludendorff, in dessen Villa auf der Ludwigshöhe über München gewesen, anwesend waren führende Vertreter der Bayerischen Bärverbandsszene und Achtung, Generalfeldmarschall Adem Paul von Hindenburg, über dessen politische Rolle in dieser Zeit man eigentlich überhaupt nichts weiß. Der konnte unauffällig an diesem Treffen teilnehmen, weil er sich zu dieser Zeit in der Nähe zur Sommerfrische auffielte. Im Übrigen verfügte der Ex-Marschall Hindenburg über herzliche Beziehungen zum bayerischen Staatschef K., der ihm seinen Sommeraufenthalt aus irgendeinem Spendentopf mitfinanzierte. Stinnis wiederum hatte als einer der führenden Vertreter der Schwerindustrie während des Krieges eng mit der Heeresleitung der Hindenburg und Ludendorff zusammengearbeitet und den Inhalt dieser Besprechung auf der Ludwigshöhe kennen wir nicht. Doch man kann davon aus, dass die Herren sich nicht nur getroffen haben, um Weltkriegserinnerungen auszutauschen, sondern dass es nun um die künftige politische Positionierung der äußersten Rechten ging, zwei Wochen nach der Ernennung Stresemanns mit dieser gefährlichen sozialdemokratischen Regierungsverteidigung und eine knappe Woche vor der Bildung des Deutschen Kampfbundes unter Ludendorff. Nun, das mag jetzt alles vielleicht zu sehr in die Details gehen, aber ich habe eben, das versuche ich mal zusammenzufassen, versucht ihnen zu bieten, einige Schlaglichter aus dem Zeitraum unmittelbar vor der Aufgabe des Ruhrwiderstandes, einige Steinchen aus einem verwirrenden Mosaik, die doch eines klar machen, die politische Rechte von der Schwerindustrie über die Heeresleitung bis hin zu den Landbünden, den Wehrverbänden, den Nationalsozialisten, bereiteten sich alle auf ihre Weise auf einen gewaltsamen Umsturz vor. Es gab keinen einheitlichen Plan, sondern verschiedene Initiativen, Kombinationen, Kontakte, Spekulationen. Das war eigentlich der Sinn der ganzen Sache, um ihnen zu erklären, dass, wenn man näher hinguckt, man verschiedene Vorbereitungen findet, irgendwie doch miteinander in Verbindung stehen. Und in dieser Situation, wo also sozusagen die auf gepackten Marschgepäck saßen, änderte sich nun die Situation schlagartig im 26. September mit der Erklärung der Regierung Stresemann, den Ruhrwiderstand abbrechen zu müssen. Diese Entscheidung setzte nun eine Kettenreaktion in Gang. In Erwartung der Kapitulation an der Ruhr hatte sich Hitler bereits am 25. September zum politischen Führer des Kampfbundes in München aufgeschwungen und für den übernächsten Abend 14 Großveranstaltungen in München angesetzt. Die amtierende Bayerische Regierung befürchtete einen Putschversuch und traf am folgenden Tag, nämlich an dem Tag, an dem der Ruhrwiderstand offiziell aufgegeben wurde, Gegenmaßnahmen. Sie verhängte das Ausnahmerecht und brachte nun von K., den eigentlich auch die Rechtsextremen gerne für sich beansprucht hätten, als Generalstaatskommissar mit quasi diktatorischen Vollmachten gegen den Kampfbund in Stellung. K. verbot auch sogleich die von Hitler geplanten Veranstaltungen und noch in der Nacht reagierte die eilig zusammengerufene Reichsregierung auf den Bayerischen mit einem reichsweiten Ausnahmezustand und setzte den Reichswehrminister Gessler als Inhaber der verziehenden Gewalt ein. Nun, nach den diesen dramatischen Ereignissen waren nun aber die Pläne Segs, seine Machtbefugnisse in Richtung eines diktatorisch regierenden Militärkanzlers zu erweitern, obsolet geworden. Aber nicht nur das, unter den Bedingungen des Ausnahmerechts, denn jetzt hatte ja der Reichswehrminister die Kontrolle und der konnte sozusagen, der Reichswehrminister konnte durchgreifen und man konnte nicht mehr sagen, ja, ja, wir machen das schon, Sie sind ja nur der Minister, sondern er konnte wirklich jetzt oder musste auch durchgreifen. Unter diesen Bedingungen konnten nun auch die Wehrkreisbefehls aber nicht länger ignorieren, dass in ihren Verantwortungsbereichen eine illegale Reservetruppe mit rechtsextremer Orientierung dabei war, einen Putsch vorzubereiten. Also entzog die Reichswehr Buchrucker ihre Unterstützung. Und Buchrucker war ja dabei, seine Truppe von 18.000 Mann zu mobilisieren. Er hatte nach seinen eigenen Angaben die für das Berliner Regierungsviertel vorgesehene Kerntruppe von etwa 6.000 Mann, davon hatte er bereits 4.500 in den Kasernen versammelt, aber diese Mobilisierung ließ sich nun auf geräuschleuse Weise nicht mehr rückgängig machen. Um seiner Verhaftung zu entgehen, erschloss sich Buchrucker nun zur Flucht nach vorne und versucht am 1. Oktober mit einem Teil seiner Männer die Festung in Küstrin eine Garnison der Reichswehr handstrichartig zu besetzen, was jedoch schon im Ansatz am Widerstand des dortigen Kommandeurs scheiterte. In dem bereits im Oktober 23 stattfindenden Prozess gegen Buchrucker und Genossen stellte das Gericht in Cottbus fest, es hätten sich genügend Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vorgänge in Küstrin in der Tat und in Teil eines groß angelichten Unternehmens bedeuteten. Und aus verschiedenen Zeugenaussagen der damaligen Zeit ergibt sich tatsächlich der eindeutige Befund, das Buchrucker, den bis ins Detail ausgearbeiteten Plan verfolgt hatte, Berlin zu besetzen, das Standricht zu verhängen und eine Militärdiktatur zu errichten. Der Plan sah offenbar ein koordiniertes Vorgehen mit anderen militärischen Verbänden im Reich vor, insbesondere auch mit der Gruppierung um Ludendorff und Hitler sowie der Organisation Konsul. Nur durch das Vorpreschen Hitlers in München, der in Erwartung des Putsches eben für den 25. in München diese Großveranstaltungen angesetzt hatte, um dort wahrscheinlich für eine entsprechende Unruhe zu sorgen, vielleicht die Regierung zu stürzen. Der nun dadurch aber den bayerischen Ausnahmezustand ausgelöst hatte und damit die entsprechende Reaktion der Berliner Regierung. Durch diese Kettenreaktion, so sagten einige Insider, sei der Gesamtplan, der ursprünglich vorgesehen war, gescheitert. Also das heißt, dieses Buchrucker- Unternehmen war eben nicht die isolierte Tat eines durchgedrehten Majors, als diese tatsächlich erschien, als er dann versuchte, die Festung Küstrin mit einigen Hundert Mann zu besetzen, sondern es handelte sich um eine Art Ersatzhandlung für einen gescheiterten, aber ursprünglich weit umfassender konzipierten Plan. Und dieser Plan setzt sich eben eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren aus diesen verschiedenen Mosaiksteinen zu einem Gesamtunternehmen zusammen. Nun, wenige Tage nach diesen Ereignissen unternahm wiederum Stinnes Anfang Oktober auf mehreren Ebenen einen Großangriff auf die Regierung Stresemann, um die Sozialdemokraten aus der Regierung zu drängen und sie durch die deutschen Nationalen zu ersetzen. Auf diese Weise wollte er sein zentrales Ziel, die Abschaffung des Acht-Stunden-Tages durchsetzen. Eine im Kern aus deutscher Volkspartei und der deutschen Nationalen Volkspartei bestehende Regierung hätte jedoch kaum die Chance gehabt, eine eigene Mehrheit zu bilden, und so ist es nicht verwunderlich, dass während der Regierungskrise Anfang Oktober allenthalben von einer zu errichtenden Diktatur gesprochen wurde, im Rahmen der Verfassung oder auch nicht. Im Zuge dieser Überlegung machte sich nun Segt erneut bereit, die vollziehende Gewalt zu übernehmen und Mitglied eines diktatorisch regierenden Direktoriums zu werden, für das außerdem unter anderem Minister Gessler, wiederum der stimmungsvertraute Minou genannt wurden und außerdem unterhielt er, unterhielt Segt auch Kontakte nach München zu der Hitler-Ludendorf-Bewegung, er hat nicht selbst mit Abgesandten gesprochen, aber sein Attudant hat das gemacht und er hoffte auf diese Weise in München sich ein Gegengewicht gegen den ihm zu zu partikularistisch weiß-blau gesinnten K. ein Gegengewicht gegen ihn zu bilden. Nun, das war eine kurze Regierungskrise Anfang Oktober, die Sozialdemokraten wurden aus der Regierung rausgedrängt, aber es konnte sich keine neue Regierung auf parlamentarische Weise bilden und so traten die Sozialdemokraten wieder in die Regierung ein und alles blieb so, wie es war. Und alle diese Pläne, die dann in den Tagen geschmiedet wurden, waren obsolet geworden. K. wiederum in Bayern, der jetzt Generalstaatskommissar war, bereitete unter dem Vorwand eines Grenzschutzes gegen die sozialistisch-kommunistischen Regierungen in Thüringen und in Sachsen, das waren die Kommunisten im Oktober in die sozialdemokratischen Regierungen eingetreten, also gegen diese sozialistischen Nester bereitet er einen Aufmarsch im Norden Bayerns vor. Ihr Verzog nun besonders Hermann Erhard heran, also Kapitän Adi Erhard, der seine schlagkräftige Untergrundorganisation Konsul, im Kern Angehörige seines ehemaligen Freikurses mobilisierte und in der Tat nach dem Scheitern des Buchrucker-Unternehmens, wie von ihm selbst erwartet, mit starkem Zulauf aus dessen norddeutscher Anhängerschaft rechnen konnte. Also für Erhard bot diese Aufmarsch von K. an der Grenze zu Thüringen die Möglichkeit, seine Leute aus der Illegalität hochpoppen zu lassen und dann in Bayern sozusagen mehr oder wenig offen zu versammeln. Erhard unterstellte sich zwar K., aber es ist offenkundig, dass er weiterhin seine eigenen, ziemlich undurchsichtigen Pläne verfolgte. Maria war Chef einer terroristischen Untergrundorganisation und Führer von solchen Organisationen lassen sich ungern in die Karten gucken. Mit dem Übertritt des Befehlshabers der in Bayer liegenden Reichswehr von Lossow auf die Seite K.'s, das hieß jetzt Bayerische Reichswehr, nahmen diese Vorbereitung Fahrt auf. Geplant war letztlich ein Marsch auf Berlin von Reichswehr und Bayerischer Landespolizei, die durch die Verbände einschließlich der nationalsozialistischen SA und anderer rechtsextremer Organisationen beträchtlich verstärkt werden sollten. K. als Generalstaatskommissar nahm bei den Vorbereitungen auf diese Rechtsdiktatur eine sehr dubiose Rolle ein. Da standen mit verschiedenen Personen und Organisationen aus Nordrheinland in Verbindung, die ihn zur Mitarbeit an einem Reichsdirektorium zu gewinnen suchten. Diese Direktoriumspläne, die hier erörtert wurden, das schlägt sich sehr gut in den tagebuchähnlichen Aufzeichnungen K.s., die nicht veröffentlicht sind, nieder, wen er da alles empfangen hat, wie man geredet hat, über die Reichspläne. Diese Pläne überschnitten sich zwar mit den Personalien und den Vorstellungen, die SIG wiederum verfolgte, waren aber nicht mit inidentisch. So hätte SIG wohl Ebert zunächst im Amt belassen. K. sprach sie dagegen aus und auch Minou, für den ein Platz im Direktorium vorgesehen war, und zwar von beiden Seiten, wollte sich von Ebert trennen, wie es in einer Notiz für Stinnes hieß. Die habe ich zufällig gefunden, auf die bin ich gestoßen, ist schon mal anderswo veröffentlicht worden in der Ebert-Biografie. Also der Vertraute von Stinnes Minou schreibt seinem Chef, man müsste sich eventuell von Ebert trennen, so wie man sich in der Chefetage von einem verdienten, aber jetzt nicht mehr konformen, höheren Mitarbeiter trennt. Dann kriegt er eine goldene Uhr und das war es dann. So ungefähr ist der Umgangston gewesen, wie man sich mit dem Reichspräsidenten umgehen wollte. Nun, K. verfuhr doppelgleisig. Zum einen stellte er seine Pläne, die er verfolgte als verfassungskonform dar, aber zum anderen, ernannte es den anormalen Weg, sprach er über das Ergebnis eines angestrebten Putsches. Doch es ist ein Ausgang gibt, sich zweifellos, dass auch die erste Variante, also die sogenannte legale Lösung, den Rahmen der Verfassung gesprengt, also einen Staatsstreich dargestellt hätte. K. versuchte auf der anderen Seite vor allem über die Schiene Losse Fludendorf die rechtsextremen Verbände bei der Stange zu halten, doch hier dachte man an die Ausrufung einer Diktatur, die dann von der bayerischen Basis aus die Macht im Reich übernehmen sollte. Charakteristisch für K. ist etwa, dass er offensichtlich wie viele andere glaubte, dass wenn man den Reichspräsidenten überreden könnte, den Artikel 48, also den Ausnahmeartikel anzuwenden, dass man dann alles durfte. Das war keineswegs der Fall. Man durfte natürlich nicht die Verfassung verändern. Und als K. in dem Hitlerprozess angesprochen wurde von der Verteidigung, ob ihm denn bewusst sei, dass er nicht alles machen konnte unter dem Artikel 48, ob er überhaupt mal in die Verfassung reingelesen hätte, sagte er, nein. Hatte er nicht. Er galt eben als Musterjurist, also als Erstklassikerjurist. Nun gut. Ende Oktober unternahm, sägt, angeblich gedrängt durch nationale Kreise, wie er sagte, einen dritten Anlauf zur Übernahme in der Regierung. Anlass bot die nächste Regierungskrise, ausgelöst durch den Entschluss Stresemanns zur Reichsexekution gegen Sachsen, um die dortige sozialistisch-kommunistische Regierung mithilfe der Reichswehr abzusetzen und so K. wiederum seinen Aufmarsch im Norden Bayerns zu nehmen. Und während dieser Krise um Sachsen drängte er Ebert, also sägt, drängte Ebert und Stresemann, die Sozialdemokraten endgültig aus der Regierung zu entfernen, nachdem das im Oktober nicht gelungen war. Diese gerieten dann auch wegen der Sachsen-Aktion gegen ihre eigenen Genossen so unter Druck, dass sie sich aus dem Kabinett zurückziehen mussten. Anfang November forderte Segt-Stresemann in geradezu ultimativer Form zum Rücktritt auf, während Stehnes zum Frontalangriff auf den Kanzler ansetzte. Segt wollte nun selbst die Führung einer Rechtsregierung übernehmen und strebt erhebliche Verwassungsänderungen an, die nur nach endgültiger Ausscheidung des Parlaments hätte durchgesetzt werden können. Das war nichts anderes als der Versuch eines kalten Staatsstreichs. Hans von Seisser, der Chef der Bayerischen Landespolizei, unter der Landespolizei muss man sich eine quasi militärische Truppe vorstellen, Veteranen aus dem Weltkrieg zum großen Teil, enger Vertrauter von K, hat aber mittlerweile bei einem Kurzbesuch in Berlin herausgefunden, Anfang November, dass im Norden mit keinerlei Unterstützung für einen bayerischen Marsch auf Berlin zu rechnen war. Segt wollte nicht offen putschen und Ebert nicht dauerhaft ohne Parlament regieren. Er trafen nun verschiedene Personen in Berlin, die ihm das bestätigten, Schlüsselpersonen. Es blieb also nur die Option, im Zuge der sich weiter verschärfenden Krise Druck auf den Reichspräsidenten auszuüben, um ein Direktorium gegen seinen Willen durchzusetzen oder ihn zur Abdankung zu zwingen. Diese Rolle hatte in Berlin längst segt übernommen, der nun den Reichspräsidenten dazu brachte, das Projekt einer diktatorischen Regierung unter dem deutschen Botschafter in Washington, Wiedfeld, der schon mal genannt wurde, zu erwägen, gegen die ursprüngliche Absicht Segs, die Rolle des Kanzlers selbst zu übernehmen, hatte dann Ebert dann doch Bedenken, da man ein Regimesägt sofort als offene Militärdiktatur erkannt hätte. Stresemanns Tage als Kanzler waren Anfang November in jedem Fall gezählt. Seine Politik, die Krise durch ein hartes Vorgehen gegen das Rote Mitteldeutschland und eine Kompromisslinie gegenüber Bayern gleichzeitig zu meistern, war gescheitert. Bei seinem Vorstoß handelte Segt, also diesen Vorstoß nun den Wiedfeld zum Kanzler zu machen, sich selbst aber zum starken Mann zu machen, wiederum vermittelt über Minou im Einverständnis mit Stinnes, der unter dem Direktorium vor allem die Arbeitszeitfrage neu regeln wollte. Während die Personalie Wiedfeld, der ja deutscher Botschafter in Washington war, wegen des fehlenden Einverständnisses des Kandidaten noch in der Schwebe war, versuchten Segt, Stinnes und Minou mäßigend auf die K-Richtung einzuwirken, um sie von einem Putsch abzuhalten. Am 6. November zeigte sich Kahn nach langem Zögern grundsätzlich bereit, die ihm seitens seiner norddeutschen Verbündeten, allen voran dem Reichslandbund, angebotene Führung eines Direktoriums zu übernehmen, also praktisch eine Konkurrenzunternehmung zu den Sägplänen. Er wollte allerdings noch das Erscheinen von autorisierten Vertretern aus dem Norden in München abwarten. Und diese unentschlossene Haltung Kahrs veranlasste wiederum die rechtsextremen Kräfte, um nicht ins völlige Abseits zu geraten, am 8. November loszuschlagen und zu versuchen, die Gruppierung um von Kahr, die zögernde Gruppierung mit sich zu reißen. Und mit dem Fehlschlagen dieses Putsches wurden aber auch alle übrigen Staatsstreich, also dieses Putsches von Hitler und Ludendorff, wurden aber auch alle übrigen Staatsstreich und Diktaturpläne obsolet. Man könnte also sagen, dass dieser fehlgeschlagene Putschversuch von Ludendorff und Hitler, also ironisch gesagt, sozusagen die Weimarer Republik gerettet hat, wenn Sie so wollen, weil damit allen anderen Staatsstreich und Putschplänen der Boden entzogen war. Um mal abschließend zu betonen, wenn wir über den Herbst 23 reden, denken wir in erster Linie an diesen Hitler-Putsch, also an diese, ja, diese operettenhafte, wie man vielfach denkt, operettenhafte Umsturzversuch. Aber die größte Gefahr ging gar nicht von Hitler und Ludendorff aus, sondern vom konservativen Establishment, vertreten durch Segt und Stinnes, die die Demokratie beseitigen und die Weimarer Republik in eine Diktatur verwandeln wollten. Und erst durch den Hitler-Putsch wurde dann Ebert in die Lage versetzt, den Ausnahmezustand zu verhängen, aber in diesem Ausnahmezustand eben den Segt so unter Kontrolle zu nehmen, dass er keine eigenständigen Schritte machen konnte. Das heißt aber, in dieser Situation, das wollte ich nochmal betonen, und das ist so die Essenz des Buches, geht es nicht um Hitler und Ludendorff, sondern es geht darum, dass durch eine sehr komplizierte Situation, durch eine Gemengelage, dadurch, dass sich eben die Putschisten, Staatsstreichpläne gegenseitig im Wege standen, dass mit knapper Not die Umwandlung der Weimarer Demokratie in eine Militärdiktatur untersägt verhindert wurde. Und wenn das der Fall gewesen wäre, wenn also Sechzig als der starke Mann durchgesetzt hätte und es wäre zu einer Militärdiktatur, zur Ausschattung des Parlaments gekommen, man hätte sich von Ebert getrennt, wie es hieß, dann wären auch die Versuche zur Stabilisierung der Währung, die ja die Regierung Stresemann in diesen Wochen erfolgreich betrieben hatte. Sie wären vermutlich dann doch gescheitert, weil das internationale Vertrauen in eine Militärdiktatur Deutschlands nicht da gewesen wäre und ohne internationales Vertrauen wäre die Währungsstabilisierung nicht gelungen. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags und darf mich herzlich für Ihre große Geduld bedanken. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren interessanten Vortrag und hoffen, dass Sie jetzt auch noch uns die vielen Fragen, die vielleicht unser Publikum hat oder die aus dem Internet zu uns kommen, dass Sie die auch noch gerne beantworten. Ich darf Sie also bitten, Fragen zu stellen, meine Damen und Herren. Bitte. Mein Name ist Gunter Feinders, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, ob italienische Vorbilder irgendwie eine Rolle gespielt haben im Denken dessen, was damals 23 in Deutschland abgelaufen ist. Und die zweite Frage bezieht sich auf die Gegenwart, kann man sagen, dass die Zeitenwende, wenn ich jetzt diesen modernen Begriff übertrage, zu platzieren ist auf das Scheitern des gedachten Hitlerputschers in München. Entschuldigung, die zweite Frage habe ich nicht verstanden, die Zeitenwende? Dieser Begriff Zeitenwende, also dieser klassische Wendepunkt in 23 war das der gescheiterte Hitlerputsch in München? Also zunächst die erste Frage, also es ist so, dass in allen Kreisen, das geht bis in die Sozialdemokratie hinein, man, das Wort von der Diktatur fiel. Also auch in der Sozialdemokratie gibt es Stimmen, die sagten, wir brauchen eigentlich eine Diktatur, man meinte damit eine legale Diktatur. Also das war das, das war einfach so, dass man kaum glaubte, mit demokratischen Mitteln da durchzukommen. Und dabei spielte natürlich diese moderne, neue italienische Diktatur eine große Rolle, insbesondere natürlich auch für die NS-Bewegung. Hitler galt ja in München als der deutsche Mussolini. Also das war aber über die NSDAP hinaus irgendwie eine Attraktivität. Man wusste ja nicht, wie der damals, wie der Faschismus sich entwickeln würde. Und man dachte vielleicht auch, dass das vielleicht als eine Methode der, ja, der, der Krisen der kapitalistischen Wirtschaft Herze werden vielleicht, dass das durchaus angemessen sein könnte. Ja, und das Zweite ist eigentlich, das habe ich ja versucht zu sagen, dass, also, dass durch das Scheitern des Hitler-Ludendorf-Putsches damit diesen ganzen Putsch und Umstieg, Staatsrechtplänen der Boden entzogen wurde. Weil das war auch einfach so unattraktiv und so lächerlich, was da passiert ist, in gewisser Weise, dass man, dass man das Wort, also Umstieg, Staatsrecht, gar nicht mehr in den Mund nehmen konnte. Und vor allen Dingen eben durch das Zugreifen des Reiches war eben das Militär und die Reichswehr unter Kontrolle gebracht. Und man, es gibt Briefe von, also Stresemann, der, äh, nicht Stresemann, sondern Sieg, der dann Inhaber der verziehenen gewalt wurde, der schreibt an seine Frau, da ist er ganz enttäuscht, wie wenig Spielraum er eigentlich hat, weil der Präsident ihn relativ eng kontrolliert hat. Und er eben nicht, das hätte, das hätte, das machen konnte, was er eigentlich sich gewünscht hätte als Kanzler oder als der starke Mann in einem kleinen Direktorium. Insofern ist das der, ist der, ist der Hitler-Putsch, Hitler-Lund-Putsch entscheidend. Für mich ist es eher so, der Punkt der, dass, also ich habe in der Schule gelernt, vielleicht auch, dass die Krise überwunden wurde durch das Zusammengehen der demokratischen und bürgerlichen Kräfte, Regierung Stresemann, durch sein entschiedenes Handeln. Und ich glaube, dass eben nicht, der ist meiner Ansicht nach am Ende gewesen. Und es ist bei solchen Krisen eben so, dass sie plötzlich außer Kontrolle geraten. Aber es kann auch passieren, dass solche Krisen wieder in sich zusammenfallen. In diesem Falle dadurch, dass sich die Opponenten nicht einigen können und sich gegenseitig im Wege stehen und dann sich sogar gegenseitig bekämpfen. Und dann ist die Luft plötzlich raus aus diesen ganzen Umsturzideen. Das kann also passieren. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir, wenn wir eine Krise geraten, einfach hoffen, dass das wieder zusammen, dass er einfach aufhört. Das ist natürlich nicht die Lehre, die man daraus ziehen kann. Und ich habe ja in dem Buch auch dann versucht darzustellen, dass natürlich der große historische Fehler dann begangen wurde, war, dass man in den folgenden Jahren, es folgten ja fünf stabile Jahre, dass man in der Weimarer Republik einfach glücklich war, das überstanden zu haben und nicht daran gegangen ist, die eigentlichen grundlegenden Faktoren, die der Krise zugrunde lagen, dass man denen nicht zu Leibe gerückt ist. Das hätte also eine wirkliche entschiedene Bekämpfung vor allen Dingen des Rechtsextremismus gehört, aber auch natürlich auch des Linksextremismus. Dann auch die Frage der Inflation. Es war ja nun diese Millionen Inflationsgeschädigten. Man ist ja nicht ernsthaft an eine Entschädigung dieser Inflationsgeschädigten herangegangen und hat dadurch natürlich Millionen von Mittelständlern sozusagen von der politischen Mitte nach rechts außen gedrückt, weil die die Regierung dann verantwortlich machten für ihre Inflationsverluste. Und das sind zwei solche Themen. Es gibt noch mehr. Das heißt also, wenn ich eine Krise durchstehe, dann kann ich mich nicht zurücklehnen, sondern ich muss eben, das wäre die Schlussfolgerung, sondern ich muss eben sehen, woran lag es denn und muss an diesen Punkten arbeiten. Und dazu fehlte aber die politische Kraft nach 23, 24 in den gemäßigten bürgerlichen Parteien, aber auch in der Sozialdemokratie. Bitte. Ja, mir kommt in Ihren Ausführungen die Rolle von Friedrich Ebert etwas seltsam vor, weil er wird sich ja nicht hingesetzt haben und gedacht haben, so jetzt spreche ich mal mit dem Segt und dann überlegen wir uns, wie wir die Sache regeln können. Welchen Hintergrund gab es überhaupt für ihn oder welche Beeinflussung, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen? Mit Ebert oder? Ja, natürlich. Ja, das kann man auch so sagen. Also der Ebert musste, also Ebert war ja in der Situation, sah sich ja nicht als Sozialdemokrat, sondern er sah sich als jemand, der jetzt als Präsident versuchen muss, durch die Krise durchzukommen. Und er ist dabei ziemlich weit auch auf Vorschläge von Segt eben eingegangen. Er war bereit, den Artikel 48 hart einzusetzen, also praktisch eine zeitweilige Diktatur zu erlauben. Segt wollte nicht eine zeitweilige, sondern offensichtlich eine dauerhafte Diktatur. Und natürlich, wenn man die Rolle Ebert sieht, er hat sich da auf ein sehr gefährliches Terrain begeben, das ist völlig klar. Was wäre denn passiert, wenn es eine militärische Diktatur gäbe, dann hätte es einen Generalstreik gegeben und so weiter und so weiter. Wie wäre dann seine Position gewesen? Ja, die, 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 die ist ganz, ist ganz klar, dass, dass Ebert, Ebert war ein Pragmatiker und er ist, hat versucht, eben durchzukommen und man sieht eben, wie weiter, wie weiter er dann eben tatsächlich auch sich auf solche Überlegungen eingelassen hat. Letzten Endes ist er gut rausgekommen, also durch, aber nur deswegen, weil ihm seine Gegner in die Hände gespielt haben. Was dann passiert wäre, also stellen Sie sich vor, es hätte dieses, es hätte ein solches Direktorium gegeben unter diesen, also der mit, sagen wir mal, Wietfeld als Kanzler, als Aushängeschild, der, sein bester, bester Freund oder zweitbester Freund Minou, der von Stinnes abhängig war, wäre Wirtschaftsdiktator geworden und Segt hätte die militärische Macht vertreten. So. Und die hätten jetzt an Ebert die Forderung gestellt, ja, wir wollen doch Verfassungsänderungen und das Parlament zieht nicht mit, also lösen wir das Parlament auf. Was hätte Ebert dann gemacht? Nun, da lag ja schon bereit die Skizze von Minou, wir müssen uns von ihm trennen. Wie trennt man sich von einem Präsidenten? Man mobbt ihn so lange, bis er geht oder man erklärt ihn für amtsunfähig oder wie auch immer, aber dann wäre ja der Punkt erreicht gewesen, wo es zu dieser Machtprobe gekommen wäre, ob Ebert dann die, die mithilfe der Arbeiterschaft hätte versuchen können, wie im Kaputsch sozusagen, das ist die Frage, das weiß ich auch nicht. Aber Ebert war eben, hat sich auf ein riskantes Spiel eingelassen, aber ich glaube auch, er hat auch gar keine andere Möglichkeit. Eine Frage aus dem Internet vielleicht mal. Waren die Freikurse nach heutigem Verständnis von den rechtskonservativen Unternehmerverbänden gehaltenen Söldner? Ja, also die Freikurse waren ja zu dem Zeitpunkt eigentlich, die waren ja vor allen Dingen an der Ostgrenze eingesetzt worden. Die waren zu diesem Zeitpunkt ja weitgehend inaktiv. Das heißt, sie hatten sich zurückgezogen und im Wesentlichen, also der Kern der Freikurs wurde nicht so sehr durch die Industrie, sondern durch die Großlandwirtschaft sozusagen gehalten, indem also die Grundbesitzer in Ostdeutschland, gerade in Brandenburg, in Pommern etwa, Arbeitstrupps auf ihren Gütern hatten, Waffen eingelagert hatten. Diese Arbeitstrupps aus ehemaligen Freikurangehörigen waren auch dazu da als Gegengewicht gegen die Landarbeiterschaft, was die zu aufmüpfig wurde, auch um Felddiebstähle, was ein großes Thema damals war, von Städtern zu verhindern. Also die hatten diese Art von Miliz auf ihren Höfen und waren in der Lage, eben diese Teil selbst zu bewaffnen, aber hätten dann eben diese Männer der Reichswehr zur Verfügung gestellt. Das wird man eher von der Rolle der Landwirtschaft als von der Rolle der Industrie sprechen. Ja, das wäre die Antwort darauf. Also die Freikurs, die beschäftigen mich auch sehr. Also mir scheint, scheinen da aber auch viele Leute drin gewesen zu sein, die einfach eine Führung gebraucht haben, egal in welche Richtung. Ja, also es geht ja zunächst mal zum Teil, es ist eine sehr komplizierte Szene, also sie haben praktisch diese ehemaligen Freikurps, zum Teil haben sich diese Freikurps bereits in Wehrverbände umgewandt. Wehrverbände wären sozusagen die, ja, wäre die angemessene Form, sozusagen einer der Zivilgesellschaft angemessene Form. Also man hat einen Verbandscharakter mit einer Satzung und so weiter. Diese Freikurps, die Kern, bestanden diese Freikurps eigentlich aus diesen ehemaligen Soldaten, die nicht, das gibt es nach jedem Krieg, Soldaten, die nicht ins Zivilleben zurückkehren können, weil sie einfach aus dem zivilen Leben rausgerissen sind oder weil sie gar keine Existenzbasis mehr haben, weil ihr Arbeitsplatz längst verloren ist und so weiter. Vorherrschen ist natürlich eine rechtsextreme Einstellung, aber das sind zum Teil natürlich auch Leute, die einfach mitgerissen wurden, Mitgänger waren. Das ist praktisch eine Soldateska sozusagen, ja, die sich einfach wohlfühlten in diesem paramilitärischen Umfeld. Aber im Kern natürlich, wenn ich hier die Landwirtschaft nenne, Reichslandbund, ich habe den, also der Reichslandbund, den würde man eher als rechtskonservativ bezeichnen, aber er mobilisierte eben in der Masse Leute, die rechtsextrem waren. Ja, das hängt eben, das fällt in diesem, fällt eben hier immer enger zusammen in diesem Zeitraum. War das ja 1923 für die politische Rechte eine Lernerfahrung nach dem Motto, jetzt wissen wir, also jetzt mal aus der Perspektive von 1930 oder 1933 heraus betrachtet, 1923 haben wir das und das falsch gemacht, das darf nicht mehr passieren. Also der Fragesteller ist entweder kongenial oder hat mein Buch gelesen, weil das genau meine These ist. Also natürlich, wenn man über 1923 nachdenkt, dann hat man sofort 1933 im Auge und ich habe vorhin gesagt, die Demokraten haben nicht die notwendigen Schlussfolgerungen gezogen, aber ihre Gegner, die Rechtskonservativen und die Rechtsextremen haben das. Und vor allen Dingen dazu gehört, dass sich erstmal die Rechtsextreme geeinigt hat und eben innerhalb der NSDAP ihre Form gefunden hat. Und dass man jetzt zwischen 1930 und 1933 mit den schwierigen Schritten ausgehandelt hatte, wie ein solches Bündnis über die Harzburger Front und ähnliche Verbindungen, wie ein solches Bündnis aussehen konnte. Und die Rechtskonservativen eben glaubten 1933, sie hätten die Stellschrauben so gestellt, dass sie diese Rechtsextremisten unter Kontrolle hätten. Und die Rechtsextremisten glaubten, und das haben sie dann ja auch bewiesen, dass sie die Rechtskonservativen eben mit ihrem Massenanhang an die Wand drücken könnten. Und insofern ist dieses nicht zustande gekommene Bündnis von 23, dann eben 1933 hat es eben funktioniert. Völlig richtig, die Frage. Weitere Fragen? Was hätten denn die demokratischen Politiker, das ist jetzt ein bisschen analog zu dem anderen Komplex, tun können? Oder hatten sie überhaupt Handlungsoptionen, was gegen die politischen Rechte zu entwickeln? Ja, also ich versuche ja, das Buch heißt ja außer Kontrolle, und ich versuche darzustellen in verschiedenen Schritten, wie eine Krise übermächtig wird. Und sie ist so übermächtig, dass sie nicht mehr lösbar ist. Also man kann nur hoffen, dass sie irgendwann vorbeigeht. Das ist der Zustand vom Herbst 23. Wenn man jetzt fragt, wie hätte das vermiedeln werden können, dann, ich meine, es war eine sehr schwierige Situation, schon Anfang 23, aber man hätte, ich denke, das Grundübel ist, dass man praktisch in diesen sogenannten Ruhrwiderstand reingegangen ist, ohne die Kosten und die Folgerungen abzuschätzen. Also man hätte eigentlich sehen müssen, dass ein solcher passiver Widerstand auf französischer Seite, dass der entsprechende Antworten finden wird. Und man hätte ihn nicht, dass man ihn nicht länger als weniger Wochen hätte durchhalten können, schon wegen der Finanzierung der dann ja arbeitslos oder freigesetzten Arbeiter. Das heißt, man hätte den passiven Widerstand ja auch, es war eine kleine Situation, musste man irgendwie reagieren, aber man hätte ihn ja auch weniger spektakulär ansetzen können. Also eher so durch eine, also nicht durch solche heroischen Gästen, sondern durch so eine kleinteilige Verweigerungshaltung. Das können wir jetzt nicht, das tut uns leid, aber wir haben nicht und das Telefon funktioniert nicht und wie das Bürokraten halt so ganz gut können eigentlich. Also die Franzosen ins Leere laufen lassen sozusagen. Stattdessen hat man diesen heroischen passiven Widerstand, wo man sich dann vor den Panzerwagen stellt und so weiter gewählt, der dann natürlich zu einer Eskalation führen musste. Das hätte man vermeiden müssen und dann wären verschiedene Dinge, dann wäre die Inflation nicht so völlig aus dem Ruder gelaufen. Dann hätten sich die Rechtsextremisten nicht eben auf diesen Fall Ruhrwiderstand stürzen können und ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, um diese ganz große Krise zu verhindern. Man hätte auch eben von vornherein als Regierung, das war ja die Regierung Kuno damals noch, das war eine schwache Regierung aus Fachministern, bürgerliche Regierung. Man hätte, und das hat sie eben nicht getan, sich von vornherein ganz klar gegen den Rechtsextremismus und gegen Rechtskonservative, die die Republik schwächen wollen, in der Situation abgrenzen müssen. Man hätte also sagen müssen, wir führen diesen Kampf als Kampf der Republik gegen den französischen Imperialismus, der seine eigenen politischen Prämissen verrät mit diesem Angriff und wir schließen alle, die versuchen, dieses für ihre eigenen Kräfte auszusetzen als Vaterlandsverräter aus. So hätte man den Kurs führen müssen. Und stattdessen hat sich eben Kuno auf eine Rhetorik eingelassen, die überhaupt nicht sich unterschied von denen der Rechtskonservative oder der Rechtsextremisten. Also ich denke da jetzt an den Fall Schlageter und so etwas. Also einen Fall Schlageter hätte man gar nicht erst aufkommen lassen können, indem man eben von vornherein diese Art von Widerstand diskreditiert hätte. Also es hätte da, mit anderen Worten, man hätte so eben im Frühjahr im Grunde genommen, also schon mit dem Beginn des Ruhranmarsches, da ganz anders reagieren müssen. Das ist ein Beispiel für eine Politik, die sagt, ja wir machen das jetzt mal und die Dinge werden sich dynamisch entwickeln und dann reagieren wir und dann gehen wir in die Krise rein, dann finden wir schon Lösungen. Und hier ist ein Beispiel dafür, dass es dann sehr rasch in einen Zustand kommen kann, wo man überrollt wird von den Ereignissen. Das ist eigentlich so das, was ich in dem Buch darstellen wollte als allgemeine vielleicht Einsicht. Herr Professor Longrich, Wolfgang Steigner Wild ist mein Name. Sie hatten vorhin eingangs Ihres Vortrags so etwas am Rande auch gestreift. Es gab ja auch auf deutscher Seite hinsichtlich Franzosen und Belgien auch unterstützende Kräfte. Also ich denke, sie beziehen sich da auf die Separatistenbewegung, die es ja zum Beispiel im Rheinland gab oder auch hier bei uns. Ich bin Pfälzer. Also es gab ja zum Beispiel Vorfälle in Pirmasens. Ich bin Krefelder von Geburt. Bitte? Ich bin Krefelder von Geburt. Also das war ein Zentrum der Separatisten. Nee, ich bin Pfälzer. Also ich ziehe mich auch, gerade neulich bin ich nochmal drauf gestoßen auf Vorgänge, die sich zum Beispiel in Pirmasens abgespielt haben. Damals ein Attentat auf Heinz Orbis. Wie stark waren eigentlich überhaupt diese Separatistenbewegungen und hätten die eigentlich irgendeine Chance gehabt damals? Ja, ich versuchte ja zu sagen, ich bin in Krefeld geboren, also habe da nicht lange geboren, aber in Krefeld war auch eines der Schwerpunkte der separatistischen Aufstandsbewegung. Im Rheinland, also weiter oben, so wie in Mönchengladbach oder Aachen. Eigentlich hatten sie keine Chance. Man muss allerdings sehen, also die Separatisten, man muss ja also überhaupt mal hier unterscheiden, es gibt also Separatisten, das ist ja fast ein Schimpfwort, aber es gibt ja auch die Rheinlandbewegung. Also das heißt also die Idee, dass man das Rheinland in einen selbstständigen Staat umwandern könnte und dann diesem Staat vielleicht einen etwas größeren Freiraum innerhalb des Verbandes des Reiches lassen müsste. Das waren ja Ideen, wie sie zum Beispiel Adenauer verfolgt hat. Und das Separatismus heißt ja, man geht von vorne an vom Reich weg. Also man macht einen eigenen Staat und ergibt sich sozusagen unter das französische Dach. Und damit sind alle diejenigen, die irgendwie für mehr Unabhängigkeit vom Rheinland eintreten, eigentlich mit dem Wort Separatismus, also werden sie sozusagen, das ist eigentlich ein Schimpfwort im Grunde genommen, gegen diese Bewegung. Es gibt aber natürlich auch richtige Separatisten. Und so, das sind alles Pläne, die ja nun im Übergang sind. Auch Adenauer konnte sich vorstellen, hat er später gesagt, dass man zeitweilig vielleicht mal aus dem Reichsverband ausscheren könnte. Übrigens war die Idee, aus dem Reich rauszugehen, ja auch nicht völlig irrational. Denn dann hätte man sich ja sozusagen von diesen ganzen Präparationen und so weiter vielleicht befreien können. Hätte Frankreich dann diesen Staat, diesen neuen Staat annektiert, wohl kaum. Dann hätten sie Millionen von Deutschsprächigen, die auch hätten wählen dürfen gehabt und die hätten eine eigene Partei in der Nationalkammer gehabt und so weiter und so weiter. Also man kann da jetzt spekulieren. Also die, erst mal, also diese, man muss das ein bisschen auseinander differenzieren. Zweitens, das war nicht völlig irrational oder das war nicht nur wenige Spinne. Es gab da einige gute Gründe, so etwas zu machen. Drittens, sie waren zu keinem Zeitpunkt in der Lage, ihre Pläne durchzusetzen. Vor allem nicht ohne französische Unterstützung. Franzosenpläge haben sie ja unterstützt, aber dann auch gesehen, dass das nicht tragfähig ist und mit denen kann man das im Grunde genommen nicht machen. Insofern ist es dann doch keine, ist es keine ernsthafte Option gewesen. Auch in der Einschätzung übrigens, auch der Regierung Stresemann. Ich meine, es gab dann diesen Separatistenaufstand oder diese Aufstände und diese provisorische Republik, aber die haben das nicht wirklich als die Hauptgefahr gesehen. Die haben gesehen, das hat keine wirklich breite Basis in der Bevölkerung. Ja, gibt es noch Fragen an unseren Gast? Noch eine letzte. Bitte mit Mikrofon, dass man sie auch im Internet dann versteht. Mir geht da immer bei der Weimarer Republik so im Kopf herum. Deutschland war halt Republik unerfahren nach dem Kaiserreich. Deshalb auch dieses Hin und Her, die Rolle der Freikurs, die Mitglieder, viele Mitglieder der Freikurs, die hatten ja eigentlich gar keine richtige politische Meinung. Die waren einfach Kriege gewohnt, hatten noch Waffen und versuchten halt, dem ganzen Durcheinander zurechtzukommen. Ja, aber sie haben ja, da stellten sich ja einer politischen Führung, die durchaus Pläne und konkrete Pläne hatte, also in diesen Fällen. Und insofern kann man sie nicht als insgesamt, als Kraft, nicht als völlig unbeschriebene Blätter einordnen. Also sie haben sich ja einer bestimmten Führung unterstellt und die wusste eigentlich ziemlich genau, was sie wollte oder so ziemlich, also einigermaßen genau, was sie wollte, aber hatten keinen konkreten Plan, der funktioniert hätte, um die Regierung zu übernehmen, nachdem der Buchro kaputt gescheitert war. Also nochmal, was in dem Buch, also wenn ich versuche, das Alleinstellungsmerkmal des Buches, es gibt ja viele Bücher über das Jahr 2023, dann geht es mir darum, dass diese verschiedenen Staatsrechtpläne und Putschversuche, dass es da einen roten Faden gibt, der zieht sich im Grunde genommen von dem Beginn des Ruhrwiderstandes, wo diese Netzwerkbildung stattfindet, zieht sich dann durch den ganzen Herbst 2023 und man kann diese verschiedenen Ereignisse im Buchro kaputt, diese verschiedenen Pläne von Segt, diese Ideen von Kahr und dann diese abtrünnige Bewegung von Ludendorff-Hitler, das ist eben eine Geschichte, ja, eine Geschichte eines Versuches, Deutschland, die Weimarer Republik in eine Militärdiktatur umzuwandeln und das ist sozusagen mein Hauptanliegen in dem Buch gewesen. Komplexe Dinge dennoch so verständlich zu machen, dass wir als Laien das dann verstehen können. Dafür danken wir, dass dieses Buch auf dem Markt ist. Wir danken für den Vortrag. Ich habe es in der Hand. Es ist auch trotz des furchtbaren Regens hier jetzt gleich zu erwerben bei Ludwig Hofstetter, der das Buch dort ausgestellt hat. Ich bedanke mich bei Ihnen trotz der widrigen Umstände für Ihr Kommen, bei Ihnen, Professor Longerich, für Ihren tollen Vortrag und die guten Erklärungen und muss leider darauf hinweisen, wer beabsichtigt, den Fahrstuhl zu nutzen, den bitte nicht benutzen. Wir haben nämlich Wasser im Keller und es ist viel, viel, ich habe mir das vorhin selbst angesehen, es ist also viel Wasser auch in den Schacht des Fahrstuhls hineingelaufen und ich weiß nicht, mit welchen Konsequenzen das verbunden ist, sodass ich persönlich davon mal absehe, jetzt den Fahrstuhl zu benutzen. Aber wir sind ja auch nur im ersten Stock. Insofern denke ich, ist der Weg auch ohne zu bewältigen. Ja, ich bedanke mich und wünsche uns, einen Umdruck gibt es natürlich gleichwohl und wünsche uns einen schönen Abend. Nein, ich bedanke mich. Nein, ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Vielen Dank.